ich glaube ich sterb die erste folge direkt es ist zu eng hier bitte ich bin ein star holt mich hier ja ja wir sind raus ja endlich hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute geht es los mit einem kleinen großen projekt was ich bis jetzt noch nicht angekündigt habe aber es geht jetzt los und zwar sind cubester und ich zusammen als team lazer cube bei baro 5 dabei wir wurden vom bei luca eingeladen sein link zu seinem kanal ist natürlich unten in der video beschreibung und wir sind jetzt hier also am anfang was ein bisschen chaotisch erst waren alle unter dem portal dann konnte man erst keine blöcke abbauen beim ersten start dann mussten wir beim zweiten mal noch mal neu starten weil es irgendwelche probleme gab und jetzt müsste es jeden moment eigentlich klar gleich losgehen mit dem dritten start bei mir fehlt schon groß block lol das ist aber schlecht das ist aber scheiße warum will es denn keiner verstehen soll ich jetzt vorrinnen oder net lauf vor dass du wenigstens überlebst jetzt fertig scheiß drauf ich kümmere mich jetzt das ist jetzt lang genug gesagt wenn wir jetzt deswegen sterben ja gibt es support ja ich kann zu töten ich habe sie getötet ich habe sie getötet ja komm ich bin raus ich bin raus lauf 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 mal den vorbei ich habe fleisch eingesammelt ich hab ich hab da ist das mal immer die mit laufen das sind viel zu viele leute lauf über den berg da ist nämlich jetzt die schlucht oh gott da ist jemand da ist jemand da ist auch gott bin hängen geblieben komm ich 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 wollen wir nicht hier die kür mitnehmen das sind viel tausend leute wo bleibst du dann ach da bist du geht ja ich bin noch neben dir ich habe nur eines jahres nicht dahinter da hinten sind noch mehr leute sie bleiben ich habe nur kurz wir gehen hier rüben hoch dann lieber oder ja habe ich auch gerade gedacht nein das sind auch zwei das sind auch zwei dann da war der am strad wir laufen gleich ja habe ich auch ja oh gott der erste ist gestorben am strand in lang einfach schnell ich habe acht fleisch also diesmal hat dürfen wir nicht hey ich habe noch kein einzigen hungerbalken verloren so hatte ich vorhin ich bin fast ich bin fast im loch gefallen die wollen gleich auch erstmal überlegen dann lass da hoch zu den bäumen laufen ja genau dahin ich beschütze dich und du fällst bäume ja ich mach schwärter ich beschütze dich ich glaube die laufen außen rum oder ich habe ja das ist mal weiterlaufen ja komm oder warte ich nehme noch da im wald zwischen welchen walds in welchen mit kraften steht die haben stein stadt los komm mit wir laufen weiter wir laufen weiter wir laufen weiter alle wenn ich meine aufnahme nicht läuft gerade da rein das wasser das wasser was das für wir suchen jetzt eine höhle und da gehen wir rein oder ja ich muss kurz kommen das eine höhle läuft das eine höhle geht ein nein das ist keine höhle ist es keine höhle zu quippen schnell okay ich kaufe schnell ich meine oh gott ich kann nicht kraft und das kommt was zu holzschwerter damals jetzt habe ich noch eins gemacht ich stelle mich gerade an wie der letzte danke 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 und wir rennen weiter und gehen zu den nächsten bäumen ja oh gott und unterwegs ist schon wieder nach das sind kühe die nehmen wir mit da ist hinten sind bäume zu denen gehen wir da macht wir uns in ein haus wir sind wieder in der mitte scheiße wo läufst du geh dahinter wissen damit ist viel zu gefährlich komm 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 bist du da ja ich habe nur kurz noch ein bisschen fleisch geholt ich habe elf schilder leist du mir ich krieg hat die panik des lebens ja ich auch war mal trocken die trocken die schau fleisch nicht auf den bergen da bauen wir uns erst mal einfach runter jetzt erst mal einfach abbaute ich aber jetzt drunter setzen kraft in table sekunde warte ich habe noch wird das eine schwein ich sage ich schon los machst du erst mal eine spitzhacke ich pass auf eine reicht ja da haben wir uns das holz lieber auf der kraft wird wie so ein kleines kinder pass lieber auf anstelle zum baum abzubauen ich gehe runter wie lang haben wir noch was sind das vier minuten rum super ok kommt runter was dann wieder zu uns kommt geht die daran du kannst mich auch nicht doch das geht mit dem blog ist ja ich hab's auch gedacht ja aber wieso haben wir jetzt kein einzig das ist mir jetzt gerade echt kein bock noch mal neustadt zu machen ja ich habe auch kein problem damit ich war hinter uns noch ein bisschen besser die aufnahme läuft auf meine ja aber ich bin schon was ich mache und erst mal ein crafting table und kraft uns beiden pickaxe habe ich hab ich hab ich hab's nicht mitgenommen ich hab's mitgenommen und macht steinschwerter ja jetzt erst mal hier kurz warte dass ich schnell ein bisschen schneller bitte auch was zu kraft oder sagt mir dass du kraft ist ich krieg da die ganze zeit eine panik und denkt dass da irgendetwas anderes ist ich mache uns erst mal steinschwerter zwei hey wie sagst du mir gerade den discord geschrieben ich habe nämlich den discord geschrieben hast du vielleicht jetzt erst bekommen ja das ist lustig ich hab noch eine steinschwerter für dich hier und immer schönes ob wieso wieso krieg ich jetzt ich krieg gerade lauter nachrichten leute bitte ich bin auch nicht auf den server werde ich dass die steine das kennt nein die sind von meinem spot server ich gucke jetzt nach damit die aufnahme läuft der aufnahme läuft meine aufnahme läuft auch noch alles du musst mehr einstellen ja wir wollen doch jetzt nicht erst mal auf schwer spielen ich bei uns erst noch mal ein bisschen mehr zu okay weil ich habe zu euch angst ist jetzt gleich wie ich eingehen ich werde höhle geht schilder gewesen aber ist jetzt egal erst mal sicher gehen wollen dann gerade nach unten waren es zu begraben ich neben dir noch runter warte 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 mach mal zum zweiten gang damit ich damit neben dir herbauen kann und wieso war er am ehren von bausten du dich du bist ja ganz verrückt er dann haben wir mehr stein und alles ein bisschen nebeneinander ja auch mal erz oder so welche höhe sind man ich guck mal kurz nach ganz abdecken ja fünfundvierzig sind wir wollen wir uns mal auf elf oder können wir erstmal ein gechilltes leben haben ey ja nächste folge was ach so der ändert es dann noch also ab nächste folge verhungern wir dann wir haben jetzt genug essen wobei ich habe 17 fleisch habe ich ich habe auch noch mal zwei ich habe auch schon sechs ich habe auch schon sechs leder das ist super und eine rose für dich ach danke oh gott farming leute ey also irgendwie finde ich das super warum gibt es beim warum gibt es beim echten was sind denn das hier für blöcke eine frage weil ich habe neust ähm das weiß eine ist granit und das helle ist adressing oder wie heißen das adressi adressi ich weiß nicht wie man es ausspricht oh ja kohle die erste kohle leute das ist super ähm da tut man gleich freilich ja aber wir bauen uns erstmal noch ein bisschen runter meine spitze ist bald kaputt 26 sind wir jetzt 24 ja noch ein bisschen ich baue mal ein bisschen schräg sonst kommen wir zu weit in die mitte warte mal einen moment warte mal einen moment lauf dann einfach mal einen gang lang ja warte kurz wartest du kurz da damit ich mich wieder neben dir hinterher bauen kann oh nur momente oh oh bin ich jetzt erschrocken schon wieder jemand gestorben hashtag babypizza zieht hier grad schön rein alter warte 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 hast du holz hast du holz ja ich habe noch zwei birkenholz und zwei baumstämme dinge du musst irgendwann wieder hoch den netten muss ich halt nächste folge nein mein spitzack ist auch kaputt okay hoch fertig wir müssen halt jetzt hoch ganz nach ich pack noch eine holzspitzhacke ich pack noch eine holzspitzhacke holz und dann holzspitzhacke ja wir können jetzt aufhören oder gibst du mir die holzspitzhacke nein ich geh nicht allein oder gibst du mir die holzspitzhacke ich geh wir geh jetzt ich mach mir mit meinem fuck wir machen uns noch schnell eine stein wie nennt man es oder warten wir bis zur nächsten folge bis wir wieder hoch gehen ja aber sonst wenn wir jetzt hier unten rum und das bringt es ja nicht warte stimmt auch ach ja hier komm oder weil wir hätten ja noch ein bisschen holz wir könnten wir könnten noch ein zwei spitzhacken machen ich würde jetzt hoch weil jetzt ist auch die schwierigkeit noch nicht so schwer ja oder ok stimmt auch hä wo wo ich dir jetzt schon wieder schaden bin ich jetzt erschrocken hier ja ich dachte man kann ach ja stimmt das cobblestone nicht schon wieder sneak jetzt viele leute einfach kratschen aber jetzt ich sneak ja wenn wir namenssinn müssen wir sofort aufhören ja hast du das zugebrochen ja ja hier sollte eigentlich die werkbein stehen ich mich recht entsinne warte musst du durch die erde hoch ne hier drüben ist der weg hä wo ja hier ich hatte es nur zugebaut ok pass auf wir gehen jetzt da hoch ok du beschützt mich nimm dein schwert in die hand denn ich schlage natürlich immer zu das noch alle hat es ja es hat jetzt schnell regeneriert ok komm hoch komm hoch komm hoch schnell party ich bau ab ich schütze mich immer noch immer noch sneakin immer noch sneakin ich sneak was kein gut hast du er dass wir wieder zu bauen können dann warte ich sammels holz ein scheiße ich hab nicht mehr zum abbauen bauen mit der hand ab der hand ab ist doch egal okay ich mache noch ein baum darunter ja das dürfte dann reichen denn da schon jetzt was auf der tono grad hast du ich bin da machen wir einfach noch mal ein crafting table ist egal ich habe ja ich habe ja noch das crafting table oder ich habe noch 1 ich weiß nicht ob das das ist dann mache ich mir erst mal nur mir ok jetzt ist hier ja ich denke ich brauche ja ich brauche ich brauche mal hier den weg noch ein bisschen mit granit ich habe hier im ding gesetzt für dich die spitzer kinder die auf granit fällt nicht zu euch auf wie dings da bist du jetzt gerade nicht eingefallen ist mich noch mal kurz f3 wir sind höher elf ist ich kriege hier immer ein heim hat sind fakt wenn du mich schlägst ja man was machst du jetzt ich hole das kraften table okay passt gleich ab gehen wir gleich zum strip mal ich baue mal hier ja das ist elf ja dann lass erstmal stimmen machen hä wieso sind jetzt auf neun hast du dich noch weiter runter ja ein bisschen weil ich dachte aber ist ja egal ja dann passt ja jetzt bauen wir uns noch unter den diamanten durch warte da machst du erstmal eine gerade linie und ich fange schon mal stürt man nicht an ich glaube du musst jetzt niemals liegen ich glaube es sind und weiter unten genug oder ja ich hoffe es einfach mal wenn sowieso in eineinhalb minuten ja gekickt so fans funktioniert ja ja wobei es kann ja auch sein dass die zeit von vorn abläuft weil es gibt ja noch eine folge also man kann ja drei auf dem glaube ich ja oh gott mein herz alter ich kriege ich habe redstone gefunden stimmt kann man es mit stein abbauen überhaupt ich glaube ich weiß es nicht machst du nicht geht nicht ja geht nicht es ist halt einfach an einem mit stein abbauen weil normal gehe ich nicht auf höhere elf mit nur stein equip ich auch nicht eigentlich ich habe eisen gefunden ja auch wieder soll ich es abbauen oder zu es machen ach ich baue es ab ich habe es ja es kann ja sein dass du es machen willst weil du hast du mein gott die haben schott ihr es hat ich habe noch mehr eisen wir können das archiv mit diamanten der sie abbauen hat er noch nicht stimmt ich war noch kurz erst ich habe wieder ein ich habe in der höhle eine höhle ich baue die höhle noch mal ich baue hier noch mal zu aber ich weiß ja wo lang es geht nämlich da wo der koppelblock ist und ich achte habe ich nicht auch mal zur seite bauen ja lass uns mal einbauen die zur seite habe ich gemeint ja aber lass mal einbauen weil wir fliegen in fünf vier drei zwei ich habe mich eingebaut bis in unten wir können direkt wieder drauf ja wir warten aber noch kurz hätte ich gesagt und leute und das war es mit der ersten folge baro fünf leute ich hoffe es hat euch gefallen ich natürlich auch ja wir würden uns sehr über positives feedback oder tipps freuen weil es ist unser erstes baro projekt weil rewo haben wir vor allem heute gemerkt kann man überhaupt nicht damit vergleichen das ist komplett anders das ist komplett ja das ist einfacher und alles ja man hat ein ganz anderes gefühl man ist nicht so aufgeregt ich hätte gar nicht ja vor allem wir haben den start ja dreimal durchgemacht ja dreimal schreibt mal eure meinung dazu in die kommentare und schaut bei cubes da vorbei und wenn ihr kein video mehr verpassen wollt könnt ihr jetzt gerne rein abonnieren und wir sehen uns dann und wir sehen uns dann in unseren nächsten videos wieder